Heute Werbung für Schnupftabak Heute Werbung für Schnupftabak Heute Werbung für Schnupftabak Der ultimative Vergleich zwischen Frau Holles Schuppenpulver und Dvorzaks Maulwurfhaufenscheiße Heute machen wir den Vergleich, was ist besser? Frau Holles Schuppenpulver oder Dvorzaks Maulwurfhaufenscheiße Dazu befragen wir diesen arglosen Sentimentol-Außenvertreter Was ist besser, Frau Holles Schuppenpulver oder Dvorzaks Maulwurfhaufenscheiße? Da mal her, das haben wir gleich, was da besser ist Was ist denn das für ein Barz? Das hier brauche ich mir eine Vollbeerdigung anzeigen Ja, voll Teufel noch einmal Und was halten Sie von Frau Holles Schuppenpulver? Na her, das haben wir gleich Oh, Frau Holles Schuppenpulver Ein Schnupftabak wie aus dem Himmel Ja, ich entscheide mich für Frau Holles Schuppenpulver Jawohl, das passt Jetzt kann ich auch eine Beerdigung kriegen Frau Holles Schuppenpulver Frau Holles Schuppenpulver Frau Holles Schuppenpulver Der Schnupftabak für die moderne Zeit Jetzt noch genussvoller mit 5 Euro Schein Das passt Das ist gut, das Zeich Ein 5er kann ich mir auch noch leisten Und mal hinbleibt auch sauber Ja Frau Holles Schuppenpulver Angeh und dezent Gut für die Gase Gut für das Hemd Gut für die Gase